Wir sind hier in Hamburg in den Briesestudios. Wir machen jetzt das Trendshot und die Step by Step für Vela Pro Series. Die neue Serie besteht aus Stylingprodukten und Pflege. Für mich als Fachpersonen ist es sehr gut, meine Styles umzusetzen. Es geht ja zum Paar-Shooting. Das Make-up sollte bis hier in den Hintergrund treten. Wir haben zwei verschiedene Lichtstimmungen hier. Eine sommerliche, sonnige Anmutung, die sehr klassisch ist. Und eine ausgefallene, extremere mit vielen bunten Lichtern. Die Produkte haben immer wieder einen starken Halt und lassen sich aber trotzdem auskämpfen und verleihen dem Paar eine schöne Struktur. Eigentlich mag ich alle Produkte, aber am liebsten das Volumenspray. Die Verpackung, das Design ist sehr ansprechend für mich. Das würde ich auf jeden Fall auch zu Hause bei mir ins Bad stellen. Die Verpackung. Untertitelung des ZDF, 2020